In unserer Liftanlage im Tramtunnel Schwammendingen merken unsere Fahrgäste nichts. Das Einzige, was Sie feststellen können, ist, dass oberhalb der Liftkabine zwei Geräte an der Decke hängen, die irgendetwas machen, aber die vermutlich von der Fahrgäste gar nicht wahrgenommen werden, was sie für eine Funktion haben. Hier in der Liftkabine haben wir das UV-Clean Car. Das bestrahlt die Liftkabine mit UV-Licht und desinfiziert die Bedienungsoberfläche mit UV-Licht. Das wird aber nur gemacht, wenn sich keine Person in der Kabine aufhalten. Im Hintertherm haben wir UV-Clean Air und das desinfiziert die Aerosole mit UV-Licht. Wir werden ganz bestimmt sicher auch weiter in Betrieb sein, weil wir rechnen auch in Zukunft damit, dass wir mit Viren und Bakterien gerade also Oberflächen zu tun haben werden. Und das Green Touch wird uns auch in Zukunft eine gute Lösung für uns darstellen. Musik Musik Machen Musik 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 Musik